Hallo, mein Name ist Cornelius und ich bin Studienberater an der Hochschule Harz. Ich möchte euch zu unserem virtuellen Studieninformationstag am 12. und 13. Mai herzlichst einladen. In kurzen Videos stellen wir unser Studienprogramm vor und ihr habt anschließend die Möglichkeit, den Studiengangskoordinatorinnen und Koordinatoren sowie aktuellen Studierenden oder Alumni Fragen zu stellen. Aber nicht nur unser Studienangebot wollen wir euch zeigen, sondern auch unseren grünen Campus hier in Wernigerode sowie den architektonisch schönen Campus am Domplatz in Halberstadt. Zusätzlich wird der Studierendenrat über das Studenten- und Campusleben an beiden Standorten berichten. Also schaltet ein am 12. Mai von 18 bis 20 Uhr beim Masterprogramm und am 13. Mai von 10 bis 14 Uhr beim Bachelorprogramm. Wir freuen uns auf euch! Mal sehen, wie wir uns beim nächsten Mal sehen! Geist einmal. Lösungen, wie wir uns an die E&MAR Olha, können wir uns an den 儿 und die E&MAR oder Kira schaltet ein bisschen drüber. Wir werden uns an die E&MAR hinhaben, dann, wie wir uns an die E&MAR nachbe robi, um unseren Bildern in Europa laufen und zu Deutschland bleiben. Vielen Dank.